Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogramm-Card gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu, also gerne abchecken. Was geht ab, Leute? Und jetzt willkommen zu einem neuen Football-Video auf meinem Kanal, Leute. Heute sieben Icons am Start, Leute. Sieben schmackhafte Icons, neue Icon-Rekords und drei brasilianische Icons zusammen vorne im Sturm. War geil, Leute. Schreibt mal gerne rein, was eure Lieblings-Icon aus Brasilien ist. Es gibt einige geile, ja. Garincha, Ronaldinho, R9, äh, gibt's noch Pelé. Schreibt's mal gerne rein, lasst gerne einen Like da, Leute. Macht die drei Likes voll. Ich will's hoffen, falls ihr nicht abonniert habt. Gerne kostenlos aber nie einen Glock aktivieren. Ticket hier einschalten. Ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende dran, Leute. Ihr wisst es, wird die Zuschauer-Bindung besser und so weiter und so fort wird das Video besser angezeigt. Würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Und dann würdest du sagen, starten wir das Video. Let's go. Leute, hört euch gerne meine Songs auf Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen. Until FIFA Gaming heiße ich dort oder auch MrBeer, ihr wisst Bescheid. Hier sind alle Songs. Jeden Donnerstag um 23.59 Uhr kommen die Songs hier neu online. Das heißt, ihr kriegt die Songs hier auch schon immer vor den YouTube-Videos. Das heißt, geht schon mal gerne vorbei. Hier sind Songs online, die ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt. Zieht sie euch rein, klickt irgendeinen Song an und macht hier unten rechts dieses Dauerschleife-Symbol an und pumpt den Song den ganzen Tag, die ganze Nacht durch. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, macht ihr einfach euer Handy leise, den Sound leise und lasst den Song weiter den ganzen Tag und ganzen Nacht durch baddern. Ich hoffe es doch. Dank euch. Okay, 5, 2, 2, 1, aber es ist manchmal nice. Ihr wisst es, ihr wisst es, ihr wisst es. Schmeckt. Heute ist, glaube ich, so ein Special, Leute. Ich glaube, heute kommen sehr, sehr viele Icons an den Start, Alter. Ronaldo hat 96er, aber haben die dadurch die Prime-Icon-Moments-Karten heute irgendwie deaktiviert oder so? Ich glaube, heute ist irgendwie so ein Special, dass richtig viele Icons am Start sind. Nice Sache, Alter. Nice, Alter. Wir nehmen Ronaldo mit, Alter. 96er, R9. Schmeckt, mein Junge, Alter. Nice Sache, 96er ist okay, Diego. Geht klar, Alter. Komm, direkt. Rechtsverteidiger, noch eine Icon hinterher. Oh, Puyol, Liga. Okay, ich habe eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet. Das ist nur eine Icon. Auf einmal kam doch noch eine. Hatteboa, Florenzi, Kimmich, Cavacal. Hatteboa ist eigentlich rechtsmittelt. 90 Tempo, Alter, krass. Ausdauer, 97, 1. Rechtsmittelfeld, beziehungsweise rechter Flügel. Wir nehmen Carlos Puyol mit zweiter Icon. Leute, checken uns den Shop aus. Nice Designs in orange, blau, rot, grün. Ihr wisst es. Checkt es aus, Leute. Kissentas, Tonbeutel. Nice LED-Lampone am Start. Wie immer, Leute. Handy-Höhlen haben wir auch noch am Start. Orange, blau, rot und grün. Und gratis Autogramm-Karte. Gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Checkt es aus, Alter. Ich danke euch. Wäre nice. Vielen Dank für euren Support. Wir machen weiter auf der linken Seite. Vielleicht direkt. Wow, noch eine Icon. Come on, come on, come on. Come on. Roberto Carlos. Alter, mega, was ist heute los, ey? Wie gesagt, heute, ich weiß nicht, ob das nur heute ist, aber bislang drei Icons. Okay, ich habe schon Teams gesehen mit 7, 8, 9 Icons. Aber drei Icons jetzt hintereinander. Digger. Ich meine, kann man machen, Leute. Ich weiß nicht, ob das nur heute ist. Muss ich mal gleich nachschauen. Aber das gefällt mir, Alter. Gefällt mir. So, vierter Icon. Come on, come on. Vierter Icon. Frechheit, Alter. Keine Icon. Was soll das? Aber ich glaube... Ich will jetzt nichts sagen. Aber ich glaube, die Dings-Icons, die Prime-Icon-Moments-Karten wurden deaktiviert. Kann das sein? Ich weiß nicht, ey. Aber weil wir bislang drei normale Icons bekommen. Also vielleicht gibt es dafür halt keine Prime-Icon-Moments-Karten. Wieder fünf Icons, Digga. Was ist hier los? Ey, so ist geil, Alter. Holy Scheiß. Das ist richtig geil, Alter. Richtig, richtig nice Sache. Andrea Pürlo haben wir am Start, Alter. Pürlo. Pürlo, Alter. Wir kennen die nicht. Pürlo. Fünf Icons, wie das aussieht, ey. Skos haben wir noch am Start. Aber wie seht ihr es auch wieder? Keine Prime-Icon-Moments-Karten. Hätte mich vielleicht... Hätte ich mich mal vorinformieren sollen. Aber ich denke, spätestens ist es jetzt klar, dass es halt nur die normalen Icons gibt. Aber... Ah, ne. Ich wollte gerade sagen, aber bei jeder Icon war die Prime-Icon am Start. Stimmt gar nicht, weil Puyol haben wir auch als 86er-Baby-Icon. Also, naja, egal. Was soll's, Alter. Vier Icons, Leute. Also, ich würde sagen, das wird, denke ich, mal 100%ig neue Icon-Rekords. Bin ich mir 100% safe. Sagadou, DeMario, Gomez. DeMario haben wir auch noch am Start. Den wir in Gomez mit. Was war dann? 80er-Karte. Meine Güte. Komm, auch noch mal fünf Icons. Ah, schade, Alter. Wäre zu schön. Thiago. Aber Thiago linkt Piqué und Calis Puyol auch noch. Wollen wir mal zack. Erstmal so hier. Aber es gab's, glaube ich, noch nie, Alter, dass so viele Icons am Start waren. Oder so ein Icons-Special im Draft. Können die mal öfters machen, so Specials, weißt du? So Icons-Special und weiß nicht. Noch andere Sachen, Alter. Wer weiß, was man da noch alles machen kann? Wieder keine Icons, Alter. Langsam fühle ich mich verarscht. Ey, aber irgendwie hab ich das Gefühl, kommen nur Goldkarten gerade und Icons? Weil es kam noch keine Special-Karten. Ah doch, klar, es kam ja im Hattebor. Okay, kann nur Zufall sein jetzt. Muss ich mal gleich darauf achten. Wir nehmen erst mal von Dyke mit. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass dann dafür mehr normale Goldkarten kommen. Und weniger Special-Karten. Aber wohl, da ist Onana. Ja, keine Ahnung, Mann. Egal, Alter. Aber auf jeden Fall, alle waren schlecht. Vier normale, beziehungsweise normale Non-Rack-Karten. Und Onana, 85er, High-Strate, nehmen wir mit. 77 Chemie bislang. Oh, ist okay, Alter. Ist okay. Garincha, Alter. Nice Sache. 94er-Icon Garincha, schon fresh. Gibt's noch als 95er-Prime-Icon-Moments. Aber reicht als 94er. Habt ihr noch nie als 94er gehabt? Alter, hat er zwölf Jahre bei Botafogo. Und dann noch bei ein paar brasilianischen Anfeindungen. Ich kenn den, ehrlich gesagt, gar nicht, ne? Der hat ein 94er-Rating. Das heißt, der muss ja früher richtig krank gewesen sein. 1933 geboren, Leute, Alter. WTF? Lebt der noch? Ich weiß es nicht, ey. Ich meine, der ist jetzt knapp 90, Digga. Um genau zu sein, 87, müsste er jetzt genau sein. Ja, 87. Also von daher könnte er noch leben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Garincha nehmen wir mal mit. Kann sein, dass er zur Zeit von Pelé dann sogar noch gespielt hat, ne? Die beiden zusammen, Alter. Damals kranker Shit, Alter. Barnes, doch Prime-Icon-Moments. Also gibt's doch die Moments-Icons. Also hab ich nur scheiße gelabert jetzt gerade eben. Dann war's nur Zufall, Leute. Wäre eigentlich Ronaldo, der besser wäre, Alter. Bittere Sache. Oh, was machen wir jetzt, Leute, ey? Oh, scheiß Dreck, Alter. Ich meine, wir können Ronaldo nochmal auf der Bank kriegen, ne? Neymar. 93 haben wir auch noch dabei. Ich meine, Ronaldo und Neymar können auch nochmal auf der Bank kommen. Komm, wir nehmen erst mal Barnes mit, Alter. Was soll der Geiz? Okay, 98 Chimi, 100 Chimi soll zähig sein. Wir haben jetzt schon drei, äh, sechs Icons. Kann man machen, Digga, aber da geht noch was, Leute, ja? Zwei, drei Stück will ich hier schon noch haben. Das ist schon mal kein Icon. Correcte Sache. Dumfries, Martin. Nehmen wir Dumf... Obwohl, Martin Dumfries hatte eine Special-Card. Dieses Jahr, letztes Jahr hatte der die eine oder andere heftige Special-Card. Deswegen warten wir mal ab. Ähm, Inform, Ducouré, Dinier, Mitrovic, Cavalier und Figui haben wir am Start. Nehmen wir Dinier mit bester Spieler. Können wir den hier einstellen. Sechs weniger, dann lassen wir jetzt erstmal alles so, wie es jetzt ist, Leute. Müssen wir erstmal mit klarkommen. Aarons, Bernardo, Silva. Joa, ist nicht schlecht, aber was sollst du machen? Gegen Garincha, Alter. Obwohl, wir können ins Tor stemmen. Bringt der mehr Chimi im Tor? Nö, zwei weniger. Korrekt, aber ist higher rated. Machen wir erstmal, Leute. Was soll's? Irgendwie ist die Bank relativ schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter, was ist das für eine Bank, Alter? Shane Long haben wir auch noch am Start. Das spielt immer noch, Alter. Äh, ja, nehmen wir mit. Silberspieler mittlerweile. Trotzdem ganz stabile Werte für den Silberspieler. Junge, was ist das für eine Bank bislang? Alter, die Bank war wirklich Katastrophe. Nice, Alter. Boah, fünf Beikens mal wieder auf einmal. Junge, ohne Scheiß. Du weißt ja gar nicht, wen du jetzt mitnehmen sollst. Das kann doch nicht wahr sein. Shit, Alter. Ronaldinho ist der beste, halt. Was machen wir jetzt, Leute? Ich hab keine Ahnung, wen wir mitnehmen sollen. Und Zambrotta wäre wahrscheinlich für die Chemie sogar am besten, ne? Boah, kacke, ey. Ey, Zambrotta wäre schon wichtig eigentlich für die Defensive. Shit, Mann. Was machen wir jetzt, Leute? Wir nehmen mal Ronaldinho mit, Alter. Komm, was soll der Geiz, Alter? Scheiß drauf. So sind wir auf 100 Chemie. Okay, freshe Sache. Wir packen das mal. Zack, machen wir so. So sind wir auf fünf weniger. Korrekt. Aber warte. Zack, sind wir sechs weniger, Alter. What? Digga. Äh, lassen wir es mal so, Leute. Aber gut, 91er Bewertung. Acht Icons? Ne, sieben. Wie viel haben wir? Vier, sieben. Sieben Icons, Leute, bislang. Nice, Alter. Volles Icon-Team ist jetzt. Boah, Alter, kranke Karte von Bissaka. Wenn das volle Icon-Team möglich ist, dann jetzt. Aber ohne Scheiß. Ich glaub, die anderen Karten sind wirklich schlechter dadurch. Weil sonst würde man, glaub ich, auch zu heftige Teams jetzt hier bauen. Also so kommt mir das zumindest vor, dass die anderen Karten schlechter gemacht wurden. Äh, wir nehmen mal Grießmann mit. Auch wenn er nicht so viel bringt. Erstmal besser hier. Zack. Aber kommen wir auch nicht auf eine 91er Bewertung an. Sie brauchen noch eine Innenverteidiger-Icon oder Außenverteidiger-Icon. Würde auch gehen. Ist mir egal. Hauptsache ein von beiden. Eriksen. Hm. Palacios haben wir auch noch. Geile Werte, Alter. Richtig kranke Karte, muss man mal ehrlich sagen. Stabile, Alter. Stabil. Äh, wir nehmen mal Eriksen mit, weil... Den können wir hier reinstellen. Zack. Na, drei Schemini mehr. Na gut. Aber bei einer Silber, bringt genauso viel. Kommen grad nicht weiter, Leute. Wir brauchen eine Icon, Alter. Icon oder Innenverteidiger oder irgendwie sowas. Come on, hat's nur drei. Ist auch fresh. Bringt uns aber auch nix gerade. Drei Spieler noch, Leute. Wir brauchen noch irgendwie einen Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger. Am besten eine Icon. Um-Titi. Okay, der müsste uns eigentlich safen. Nehmen wir Um-Titi mit. Eigentlich, zack. Müsste er uns safen, oder nicht? Ja, doch so. Zack, sind wir auf 100 Schemini. Okay. Ist nice. Aber trotzdem, der, die Gesamtbewertung ist relativ schwach eigentlich. Eine 90er Gesamtbewertung bislang nur. Ey, wie gesagt. Ich bin fest der Überzeugung, dass die anderen Spieler dadurch schlecht denken. Wir haben kein Messi, wir haben kein Ronaldo. Okay, wir hatten eben Ronaldo. Den hätten wir mitnehmen können. Messi kam zum Beispiel gar nicht. Gut. Müssen wir jetzt mit klarkommen. Kommt nochmal eine Icon zum Abschluss. Sergio Ramos noch mal. Das ist ein nice, Alter. Okay. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Nehmen wir mit den Sergio Ramos. Packen wir für Um-Titi rein. Bringt uns allerdings auch nichts. Auch kein Rating-Plus mehr oder so. 90er Gesamtrating. Nur kommen nochmal eine Icon zum Abschluss. Ja, zu schön gewesen, Alter. Ugo Loris noch. Aber Ronaldinho bleibt im Tor. Warum nicht? Denn, ah, warte mal. Wir können eigentlich, boah, Alter. Wir haben vier brasilianische Icons. Können wir so machen, ne? Boah, nice, Alter. Guck mal, unser Sturm, Alter. Richtig frech, Alter. Richtig frecher Sturm, Alter. Kann man nichts gegen sagen. Sturm ist sehr, sehr nice, Alter. Sehr, sehr nice. Leute, das war's von diesem Draft, Alter. Guckt euch diesen Sturm an, Alter. Besser geht's nicht. Lasst gerne ein Like, das gerne ein Abo da, Leute. Falls du nicht abonniert hast, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren. Und täglich einschalten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir nehmen mal Diego Martinez mit, würde ich sagen. Wie viele Icons? Sieben, ne? Äh, jetzt konnte ich wieder nicht zählen, Alter. Aber müsste hier angezeigt werden. Aber müssen sieben sein, ne? Wenn ich mich nicht verzählt hätte. Sieben Icons. Nicht verkehrt, Leute. Das war's, ja. Checkt noch gerne. Mein Shop aus Nice Designs in Rot, Blau, Orange, Grün in den vier Farben. Gerne abchecken. Kissen, das ist ein Dorm, Leute. Neu, Sädi, die Lampe auch noch am Start. Handy, die Lampe auch noch am Start, Leute. Orange, Blau, Rot und Grün. Und Geratis Autogrammkarte gibt's auch noch dazu. Also gerne abchecken, wenn ihr Lust habt. Das war's von heute, die Folge macht's gut. Bis zum nächsten Mal da rein und ciao. Ciao.